Herzlich Willkommen zu einem neuen Street View oder Arusha Street View Video. Wir fangen heute mal ganz mal anders an, da wollte ich letztens aufgehört haben, und gehen hier einen Weg zwischen Kirche und Reichtum. Na gut, ein Weg. Es ist halt jetzt als Weg gemacht worden. Das ist wirklich ein echter Weg, aber überall wo man laufen kann, wird hier gelaufen und damit ist es auch eine Straße fertig aus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da kannst du noch so gutes Schuhwerk anhaben. Wenn du hier Sand auf diesen Wegen hast, dann ist das wie glatt. Da ist das Rutsche. So, das wird heute ein bisschen weniger stadtmäßig, aber Natur ist ja auch mal ganz schön, finde ich. Man sollte das auch mal sehen. Und ich meine, das ist immer noch die Umgebung, in der wir auch wohnen. Also alles für uns hier in fünf Minuten, sechs Minuten erreichbar. Also wäre es, wenn ich nicht immer so faul wäre. Mittendrin seht ihr so ein Tor. Warum auch immer, es ist halt da. Oh, da hat sich was getan. Ja, wir sehen jetzt gerade, der Weg hier hat sich ein bisschen verändert. Wahrscheinlich durch viel Wasser. Wir haben ja in den letzten Monaten ziemlich viel Wasser gehabt. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe euch in der rechten Hand und die linke ist die, die nicht gut tut, wenn ich die zu sehr belaste. Natürlich könnte ich euch jetzt auch in die rechte, in die linke Hand nehmen, aber dann habe ich rechts nichts zum Einhalten. Was sagst du jetzt? Ja, also man sieht schon, wir sind diesen Weg vor der Regenzeit noch gelaufen. Da war es noch ein ganz normaler Weg. Und jetzt ist es nach der Regenzeit. Und das war mal ein normaler Weg, das wird jetzt eher so ein kleiner Backlauf. Ja, ihr seht das ja, wenn der hier einmal geregnet hat, dann, es schwemmt halt sehr schnell alles aus. Und dann sieht das auch alles ganz anders aus auf einmal. Oder wo du vorher noch sagst, hey, da können wir mit dem Auto locker durchfahren, kannst du auf einmal nicht mehr. Aber das ist halt so, das ist Afrika. Gehört dazu. Na ja, gut, hier nicht. Das war jetzt ein Beispiel nur. Entschuldigung. Habt ihr das Vito schon wieder gehört? Die ist immer am Meckern, wenn ich was mache. Und manchmal hört ihr das gar nicht. Die macht das Meckern nämlich rein mit den Augen. Und ich sehe die ja immer. Das ist so. Warte mal, ich muss mal hier. Und das macht jetzt zum Beispiel, jetzt habt ihr sie lachen gehört. Die lacht dann, aber die Augen sagen, böser Junge, du. Also das kriegst du dann schon so. Ja, ja. Genau wie mit dieser Schokolade, Klaus. Ich sag's dir gleich. Ja, ich hab jetzt ihr gesagt, kaufen wir doch gleich die Schokolade. Also sie sagt nein. Spätestens in zwei Tagen kommt die und sagt, na ja, von dir kriegt man ja nichts. Es ist halt, es ist nichts weg. So, jetzt haben wir auch neu. Dann haben sie sich hier ein neues Tor hingebaut. Riesenhaus. Ja, da geht der Weg nicht mehr nach links, dann geht's auch noch nach rechts. Ja. Achso. Ohrkatzl. Bei der Geschwindigkeit wird's ein kurzer Weg, aber ein langes Video, oder wie? Ja genau, also Klaus, da waren wir stehen geblieben. Ja, die wird dann sagen, ich hab ihr das nicht gegönnt. Die hat deine Schokolade nicht gekriegt. Das wird sie dann sagen. Die meine ich. Die da. Die da. Die sagt das dann. Ja, ja. So. Nehmen wir die Abkürzung und dann gehen wir die nochmal. Dann gehen wir so rum, oder? Okay. So, und wenn uns dieser Weg jetzt hier zu langweilig wird und ausserdem in die falsche Richtung führt, da ja da oben ein Haus hingebaut worden ist auf der Straße, ja, da musst du ja auch rechnen damit, gehen wir jetzt ganz einfach einen anderen Weg wieder zurück. und zwar den hier. Also, ob es ein Weg ist, weiß ich nicht. Kann auch ein Zugang zu irgendeinem Haus sein. Aber das stört uns jetzt nicht. Da gehen wir einfach durch. Jetzt wird Babyschool oder Geburtstag oder irgendwas wird es schon sein. Oder in Diana kommen. Das kann auch sein. Familien. Na gut, das ist ihn schon. Ne, Juma wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt hier so einen kleinen Trampelpfad entlang. Ist eigentlich schön hier. Das sind keine Kinder, das sind die Frauen. Ja, wenn die Frauen jemandem Recht geben, statt Applaus, machen die das mit der Zunge. So ähnlich wie die Indianer eben. Ich kann das nicht so. Geht nicht. Das Jodeln einfacher. Ein Liter? Ja. Schnauft schon? Ja. Ha! Ich hab's nicht gegessen. Ja, jetzt in mir sagt sie immer, du bist zu fett und deshalb musst du so früh schnaufen. Jetzt macht sie es selber mit. Ja, ja. Hier seht ihr zwischendrin mal die andere Seite, wie sie unten ausschaut. Hier läuft so ein kleiner, ja, halb ausgetrockneter Bachlauf. Warte mal, sieht man das überhaupt nicht? Jetzt sieht man es. So, gehen wir mal weiter. Der Bach ist echt fast leer. Der Bach ist leer. Ja, ja. Mit Sicherheit, für irgendeiner Feld wird das Wasser zwitschen. Ja, ihr seht jetzt hier schon auf diesem Trampelpfad, mitten drin kommt die Eingangstür. Und, äh, ich find das herrlich. Und da geht's rechts, geht's da gleich runter. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt zu sehen kann auf dem Video. Hier seht ihr auch noch mal, Aussicht ohne Ende. Ich find's ja schön hier. Ah, aber davor hör ich schon irgendwo einen Bach fließen. Also, ja, jetzt sind wir da. Könnt ihr euch beim letzten Video erinnern, da waren wir an so einem Ende der Hauptstraße, da ging's dann steil runter. Und genau da, wo steil runter geht, ist hier. Da geht's nämlich oben wieder steil rauf. Allerdings sind wir hier in der Mitte. Das heißt, hier unten geht's auch noch mal weiter runter. So, und jetzt gehen wir einfach mal den Bach entlang und schauen, wo wir hinkommen. Weil da steil hoch hab ich jetzt überhaupt keine Lust. Ah, hier. Hier seht ihr, da wird das einfach abgezweigt, das Wasser für irgendein Feld. Und deshalb ist der eine Kanal so leer und der hier so voll. Hier filmen und nicht auf den Boden schauen kann gefährlich sein. Also, wenn ich manchmal ein bisschen abschweife mit dem Bild. Entschuldigung. Aber ihr seht hier, da gibt's dann solche Gefahrenstellen. Das ist auch matschig und rutschig. Und wenn du da nicht aufpasst, ja, dann seht ihr die Filme nie, als Handy im Wasser ladet. So, jetzt geht's wieder ein bisschen einfacher. Ja, und so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr habt hier immer wieder so kleine Trampelpfade, Wege. Eigentlich in der gleichen Gegend immer wieder, wo Neues hinkommt. Und immer wieder sieht alles andere aus. Seht ihr da oben? Das ist der heilige Berg, der Gebetsberg. Da oben, da pilgern oft Leute hin. Weil sie meinen, dort Gott näher zu sein. Zilten dort und bieten, wenn sie ein Problem haben. So, ich würde sagen, bis hierher und nicht weiter. Jetzt haben wir die Trampelpfade mal abgegrast. Ihr seht jetzt, wo wir hier sind. Da sind wir hergekommen. Da sind wir herbeimachen. Und hier geht der normale Weg weiter. Und ja, das machen wir jetzt mal ohne euch oder im nächsten Video. Das sehen wir gleich. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.